Nach der Enttäuschung und dem harten Schicksalsschlag in der letzten Folge haben wir ja so gesehen keine Teammitglieder mehr und daher müssen wir da ein bisschen umplanen und ja, ich rufe jetzt einfach mal Taschan an, um zu schauen, was er es dazu sagen hat. Soon we'll own every fucking thing, including a real football field, I promise you that. For that, we're gonna need a stronger force. Nasarik and Sinda's ship to get more pirates every day, you just say the fucking word. Alright, let's see what's on the menu. Schwarzmark-Waffen, du kannst jetzt Waffen vom Schwarzmark kaufen. Wähle ein Ziel aus Armeestärken 1. Mit Schlägen und Wasserpistolen ist der Revierkampf nicht zu gewinnen. Zeit, unsere Truppen mit besserer Ausrüstung auszustatten. Angriff auf Khan. Der strenge, harte Keller, robert die Stadt schnell. Schlagen wir eine Delle in seine Rüstung. Angriff auf Hielo. Der Partylöwe hat einmal geschoren, dir jeden Dollar zu rauben, den du jemals verdient hast. Soll er an diesen Worten ersticken. Erstmal die Armeestärken, da wir gerade ziemlich am Ars sind. Die Piraten-Kreuz sind bereit, zu rumpeln. Wir müssen sie mit einigen besseren Garten, doch. Was meinst du? Wir gehen durch Turs Lake, ein Knife durch Butter. Für jetzt. Aber Halt auf, die anderen Gänser werden nicht sitzen auf der fucking Bitch. Sie sind bereit, die Hände zu knacken. Wie geht's, die wir brauchen, Mann? Okay. Ist die Garten ein Problem? Nein, Mann, Raké ist ein Weaponsparadies. Aber der Preis ist kein Bargain. Unless... Ich habe einen Supplier, der liebt, um seine Beacons zu blöden. Ich kann ein großes Problem, wenn wir seinen Habit füllen. Wie stark ein Habit sind wir genauer? Weil, du weißt, ich habe gehört, du kriegst mehr Meilen, wenn du deine Pile machst. Du wirst es sehen. Verdienet Geld, um eure Armee aufzurüsten. 16.000 von 120.000! Optional. Sammelt stattdessen Drogen ein, um damit zu bezahlen. Drogen. 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 das wird dann wohl so etwas hier sein stellt von den Gangstern eine rivalisierende Crew sammelt sich in der Innenstadt, lasst sie uns besuchen und nachschauen was sie für uns haben geringes Risiko in Anführungszeichen schliesse mit dem Boss im Team ab wir haben ja nur zwei Leute dann kann ich mir gar nicht mal leisten und wenn ich jetzt 9000 ausgebe dann bringt das absolut gar nichts aber wir können ihm eine andere Waffe geben das ist schon mal gut die Swiss für 5000 ich könnte mir selber eine Glissier R kaufen oder eine Swiss RMP macht zwar ziemlich viel weniger Schaden aber ich mach's jetzt einfach mal hat natürlich mehr Schuss da komm wir gehen mal so ins Spiel rein ich hoffe dass wir nicht sterben ich hoffe es wirklich sehr ansonsten wird es traurig das ist das ist das ist das ist das ist ist die 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 aus das ist Es scheint, dass sie eine relativ lowe Presence in der Region haben. Es sollte einfach sein. Mach deinen Weg in die Seite. Jetzt! Das Psycho-Kon ist kein Genghis! Ich rieche ihm einen neuen! Alles bereit oder was? Zu dir, Mann? Sag ich nicht, nein! Folle den fucking Meter! Gänse ich nicht über die Straße, das kann ich so vergessen. Ist das hier das Gebäude? Zeichel, könntest du bitte herkommen? Listen, I'll take you from here. Listen up, I'll lead. Hm... Bleib lieber dort stehen! Ich muss mal ganz kurz die Musik leiser machen. Sonst höre ich hier die Leute absolut gar nicht. Auch wenn die Musik nice ist. ATMs kann man also nicht. Stellt die Beute des Gangsters. Also kann man die einschüchten, oder? Shit. Holy! Lauf da nicht dran! Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja gut, jetzt müssen wir das ganze Hanzo durchziehen. Lauf da nicht lang. Cycle! Lauf da nicht lang, Lauf da nicht lang. Jetzt haben wir ein scheiß Problem! Okay jetzt auch nicht. Lauf einfach Junge! Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Runde mehr. Ich wollte es schlecht machen, aber es ging nicht. Wahrscheinlich ging es schon, aber ich habe es falsch gemacht. Zwei Stirne. Ah, doch drei, okay. Aber bloß 9000, das sind gar nichts. Ich meine, wir haben so viele... Hey Boss! Äh... Leute verloren. Und es war knapp. Das war ein knappes Ding gerade. Angriff auf K. Aufstockung. Luxusgüte 12000, unbekannt. Soll ich das wagen? Ich weiss auch nicht, was schlau ist. Gut. Steht da überall geringes Risiko, aber... Man hatte gesehen, dass das nicht der Fall ist. Moderates Risiko. Erwartete Beutete Drogen. Ein lokales Restaurant hat uns angeboten, uns gut zu bezahlen, wenn wir es so schnell wie möglich wieder mit Alkohol versorgen. Genug gesagt. Wir kennen genau die Leute, die bereit sind, sich von ihren Flaschen zu trennen. All right, let's get this done. Es war knapp vorhin. Jetzt ist er natürlich weg. Okay, dann halt nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.